Euer Thema, euer Song, Michelles maßgeschneiderte Musik. Ich hab hier Linda Schloss aus Kittersburg. Was hast denn du gegen Lukas Schnauzer? Gegen Schnauzer hab ich eigentlich gar nix, wenn sie nicht so aussehen wie in den 70er-Jahren-Porn-Star-Bird-Reynolds-Schnauzer. Linda, dieser Song ist für dich. Schnurrbart rasieren will Luca nicht. Er sagt, er steht und gut ist, denn er fühlt sich gedischt von Linda Schloss aus Kittersburg. Die mag den Luca rasiert, doch er trimst den Bart nur. Sie sagt, er sieht aus wie ein Pornostar. Mit dem Freddie Mercury Schnauzer steht er da. Die Rollsbremse kann sie nicht ausstehen, gut, dass sie ihn nur hören muss. Und nicht sehen. Ja, top. Dann bleiben wir mal dran. Ich hoffe, dass wir den Luca da irgendwie noch dahin kriegen, dass er sich was Vernünftiges wachsen lässt. Was maßschneidert Michelle als nächstes? Jetzt euer Thema reinschicken. 0173 104 33 11.